Musik Herzlich Willkommen in der Golfakademie Flesensee bei Sven Ströber. Heute begrüßen wir Sie zusammen mit dem Tagesspiegel beim Chippen. Wir möchten Ihnen zeigen, wie man mit einem Schläger drei verschiedene Schläge durchführen kann. Über drei verschiedene Ballpositionen zeigen wir Ihnen jetzt drei verschiedene Arten. Als unsere Empfehlung kann ich Ihnen vorschlagen, den Schläger in der linken Hand zu haben. Der linke Arm ergibt eine Linie mit dem rechten dran und steht fast ein Y. Das versuchen Sie einfach auszuführen und zu schwingen. So bekommen Sie ein Gefühl für die Länge und die Höhe des Schlags. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020